So, ich bin der Andreas und wer bist du? Ecki. Und wie alt bist du? Drei. Und was macht dir ganz besonders hier Spaß? Möchtest du uns mal was zu deinem Motorrad sagen? Ja. Welche Farbe hat denn das? Schwarz. Okay. Und wie lange fährst du jetzt schon Motorrad? Fünf Minuten.